Der 41 Zentimeter, einer der größeren, auch hier wieder eine eingerissene Brustflosse. Ich habe gerade mal Kotto gefragt, worauf er das zurückführt und wir sind da ganz ehrlich zu ihm. Er sagt, das ist das Problem von den Futterautomaten in kleinen Becken. Da drücken sich die Keutern wirklich auf kleinstem Raum und da kommt es dann schon vor, dass die Flossen ein bisschen einreißen, aber er sagt, hat es nochmal betont, das ist kein Problem, das wächst raus und wird quasi unsichtbar werden.